Erstwohnsitz von Elias Embarek und seiner Ehefrau Jessica liegt zwar mittlerweile in New York, doch auch auf Ibiza besitzt der Fuck You Goethe-Darsteller ein Domizil. Dort ist in diesem Sommer eingebrochen worden, wie Embarek bereits vor einigen Tagen in einem Podcast enthüllt hat. Der oder die Einbrecher schlugen demnach zu, während er und seine Frau gerade gemeinsam im ehelichen Bett schliefen. Über das traumatische Erlebnis hat der Schauspieler in der Audiosendung ausführlich gesprochen. Demnach wurde Embarek nachts wach, als die Tür zu seinem Schlafzimmer aufging. Da Jessica Riso Embarek in diesem Moment neben ihm gelegen habe, sei ihm klar geworden, das ist nicht meine Frau. Und bin total schlaftrunken und sag so Hallo. Und die Tür geht wieder zu. Es war so ein Albtraum. Der 41-Jährige sei daraufhin aufgesprungen, habe sich in der Küche ein Messer geschnappt und währenddessen die Polizei angerufen.